So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ja, ihr seht schon, das Projekt heißt Bottle. Man sieht es auch an dem Mauszeiger, an dem Cursor. Sehr gut. Ja, wir haben Drizzlepuff Genie abgeschlossen. Bottle, ebenfalls ein Werk von Tongo Chbodur. Das dritte kam circa zwei oder zweieinhalb Monate später raus nach Drizzlepuff Genie. Dementsprechend erwarte ich ein relativ kurzes Spiel. Es gibt glaube ich auch von diesem Spiel zwei, drei Teile. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich noch ein weiteres Projekt von ihm let's playen werde. Ich werde auch weitere let's playen, aber nachdem widme ich mich erstmal einem anderen Spiel. Aber dazu wann anders mehr. Wir stürzen uns jetzt rein, deswegen wow. Dieses Spiel muss ohne Speichern durchgespielt werden und dauert eine Weile. Okay. Ohne Speicherfunktion. Na gut. Können wir schon loslegen? Ja. Wir machen es wie bei Drizzlepuff. Wenn unten ein langer Text steht, bei dem ich im Weg wäre, tue ich mich schnell ausblenden, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. So. Guter Wein. Viel Wein. Sie sagte, ich muss gehen. Mein Herz zerbrach in meiner Brust. Konnte die Tränen nicht zurückhalten. Konnte nur noch sagen. Ich weiß. Inspiriert durch die Geschichte aus Drizzlepuff Genie von Sabina Katschka. Hey, wir können also erstmals richtig mit unserer Umgebung interagieren. Wenn man jetzt den Hebel außen vor lässt. Der Bau zum Turm von Babylon. Zum Wurm von Babylon. Draußen sehen wir... Ich dachte, er ist die Brandung, aber es ist Schnee. Drizzlepuff Genie. Oh, wir haben uns den Mantel angezogen. Oh, kalter Wintertag hier. Hm. Schön. Bisschen Schnee im Gesicht. Ein paar unsichtbare Wände. Love it. Hey. Können wir die Axt mitnehmen? Oh nö. Oh nö. Warum? Warum fange ich ein Let's Play an und muss niesen? Es kotzt mich an. No need for violence now. Hab ne Errungenschaft bekommen auf Steam. Oh boah, das war grad mega gruselig. Die Luft hätte warm und farbenfroh sein sollen. Hätte da sein sollen. Deine Hand halten. Eine Spur heraus aus diesem Wahnsinn. Achte darauf, wohin die Gazelle schaut. Ah. Da liegt's am Boden. Okay. Es tut mir so leid. Jetzt muss ich mit nem Schnäuzer anfangen. Es tut mir so leid, Freunde. Es ist wirklich... Es ist ein Fluch. Der Fluch geht weiter. Aber ich halte ihm stand. Okay. Der absolute Let's Play-Fluch. Gut. Mir wurde gesagt, ich soll bei Bottle auch hin und wieder abseits des Weges mich ein bisschen umsehen. Das werden wir tun. Oh wow, was ist da hin? Optisch sehr schön. Ne ganz andere Stimmung natürlich. Ne ganz anderes Setting auch. Wie in Drizzle Path. Weniger... mediterranes Klima eher... Ja. Eher so ein bisschen polar. So. Ich fand's übrigens sehr schön, dass bei Drizzle Path sogar der Entwickler selbst Tongo Chippo-Dur mir einen Kommentar hinterlassen hat unter eines meiner Videos. Und zwar da, wo ich von der Klippe gesprungen bin, um zu schauen, ob's möglich ist. War nicht sehr schön. War nicht ne schöne Geste. Motiviert einen natürlich auch. Jetzt schauen wir uns dieses Kurz... Wahrscheinlich ist es ein Kurzprojekt. Wahrscheinlich ist es kürzer als Drizzle Path Genie. Auch wenn gesagt wurde, es dauert ne Weile. Ich hoffe, es dauert nicht länger als drei Stunden, weil... Ich glaube, in drei Stunden... Ja, in drei Stunden... ...kommt meine Freundin circa. Die hat keinen Schlüssel. Aber ist ja komisch, dass man überhaupt nicht speichern kann. Gibt's überhaupt Menü? Ja gut. Die Settings. Mir wurde auch schon gesagt, dass ich bei Drizzle Path Genie auch einige... ...Easter Eggs... ...übersehen habe. Die Frage ist, wonach sucht man bei so einem Spiel? Der ist ja doch sehr Story-basiert ist. Und wo es eigentlich ganz wenig Hinweise darauf gibt, wo man hingehen soll. Also natürlich, ich könnte jetzt hier den Wald quasi so Schachbrett-musterartig ablaufen. Aber sehe ich kein... Also reizt mich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Reizt mich aus dem Grund nicht, weil ich ja keinen Hinweis darauf habe, ob ich da jetzt reinlaufen soll. Oder irgendwie ein Zeichen, das mir jetzt zeigt, hey, geh doch mal da hin. In Drizzle Path Genie waren es zumindest die... ...diese Punkte, diese roten oder blauen, je nachdem welchen Weg man gewählt hat. Laufen kann ich auch nicht, ne? Guck mal, aber da oben, glaube ich... ...das sieht mir nicht nach gewöhnlichen Steinen aus. Diese Spiele leben einfach auch von der Stimmung, von der Musik. Davon leben die wirklich, ja. Ja, wieder den richtigen Riecher hier. Support from Underground. Okay, wir können jetzt schneller gehen. Das war ein kurzer Zauber. Kriegen wir den nochmal? Ne. Kleiner Geschwindigkeitsboost, aber nur für ein paar Sekündchen. Pfade. Ich hätte gerne ein bisschen länger gesprintet. Aber gut, zumindest kann ich jetzt schon behaupten, hey, ich habe eins von diesen Secret Places gefunden. So. Es wird wahrscheinlich wieder sehr wenig passieren. Es ist wieder ein Walking Simulator. Oder, worauf ich jetzt auch hingewiesen wurde, ein Narrative Game. Also ein reines Geschichtenspiel, das dir quasi eine Geschichte erzählt. Oh, wie... Oh, es bewegt sich. Sei doch, mein Kleiner. Du machst komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich Tiere, die nicht weglaufen, gruseliger finden soll. So, wieder ein kleiner Push. Wir sollten vielleicht diese Boosts ein bisschen ausnutzen, oder? Aber immer schön die Augen offen halten. Was sich so in den Wäldern verbergen könnte. Ich will mir... Eigentlich will ich mir ja nichts entgehen lassen. Das Licht blendet ein bisschen. Was ist, wenn ich da rauslaufe? Vielleicht... Bricht ja das Eis. Ne. Ich werde natürlich wieder versuchen, so viele Dinge wie möglich auszuprobieren. Wirklich dieses... Dieses Spiel bis an die Grundmauern runter zu bearbeiten. Das werde ich natürlich wieder probieren. Wir haben schon gemerkt, es gibt wieder die unsichtbaren Wände. Ich bleib dabei. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich verstehe den Nutzen dahinter. Ich verstehe auch so ein bisschen die... Sag ich mal... Einfachheit dahinter, sowas zu machen. Sowas zu nutzen. Ich kann mich aber zum Beispiel an die Rester erinnern. Dass ich auf der PS4 gespielt habe. Und die haben dich halt einfach, wenn du irgendwo runtergesprungen bist, verrecken lassen. Dann kam ein Whitescreen. Und dann hieß es irgendwie... Ah, was haben die gesagt? It's not the time. Oder so. Ja, auch hier. Auch hier. Also ich gehe jetzt gerade aus und jetzt drücke ich gerade aus. Ich bin da kein Fan von. Ich denke, man könnte dadurch... Durch natürliche Barrieren... Könnte man das Ganze eleganter lösen. Ich denke, man könnte auch... Belsen hinbauen. Oder irgendwie einen Bach, der offensichtlich zu tief ist. Irgendwas. Was war das? War das Ingame? Ich weiß nicht, ob es Ingame war, aber es klang komisch. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass wenn ich zu weit vom Weg weggehe... Und die Frau nochmal auftauche, dass ich sie verpasse. Und die Frau nochmal auftauche, dass ich sie verpasse. Erst wachsen die Ziele immer höher. Dann glaubst du, du wirst all. Aber nie genug, den Grenzstein zu erreichen. Dein Fehler war es aufzugeben. An unsichtbaren Winterwänden. Ist das eine Anspielung auf die unsichtbaren Wände hier? Wo man dagegen läuft? Das wäre allerdings smart. Also wenn das wirklich eine Anspielung darauf ist, dann wäre das äußerst smart. Das erinnert mich so ein bisschen an Mike, den Lügner. Wer von euch die Elder Scrolls Spiele gespielt hat, der kennt vielleicht das... Das ist meiner Meinung nach beste Easter Egg der Videospielgeschichte. Und das ist Mike, der Lügner, der immer wieder Kritik von Spielern und der Community aufgenommen hat. Und es als Witz verpackt hat. Schaut es euch an, da gibt es viele Videos im Internet dazu. Ich schätze mal, dass das da oben unser Ziel ist. Ich schätze mal, da müssen wir hoch. Wie gesagt, ich verstehe auch jeden, der... Ich habe es bei den anderen Dizzle Paths schon gesagt. Für die Leute, für die es nichts ist, für die es zu wenig Action ist, ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Mir tut es manchmal ganz gut, weil ich doch sehr viele actionreiche Spiele spiele. Und dann einfach mal ein bisschen abschalten, mal was anderes machen. Was Neues auszuprobieren. Die Ruine einer Kapelle zu besuchen. Die verbrannten Überreste der Bibel. Die verbrannten Knochen des... Aber ich hätte gerne einen Sprint-Button. Ich hätte gerne einen Sprint-Button, um einfach manchmal auch schnell vom Weg wegzulaufen. Und schnell wieder auf den Weg drauf zu kommen. Aber nicht zu viel Zeit zu verlieren. Optisch habe ich mich ein bisschen in die Stimmung verliebt. Dieses Winterliche. Das ist so ein Winter, wie man ihn eigentlich haben möchte. Wie ich aber finde, dass er viel zu selten ist. So leichte Schneeflocken. Alles ist verschneit. Nicht matschig. Einfach schön. Also er bleibt auf jeden Fall seiner Linie treu und setzt auf eine wunderschöne Optik. Ob ich das jetzt als Flussbett annehme, das ist die andere Frage. Und ich finde es einfach geil. Also ich finde es erstens schon mal geil, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Vorher gab es ja nur Englisch, Russisch, Türkisch. Jetzt ist die deutsche Übersetzung dazu gekommen. Und übrigens hat sich bei einigen Spielen auch der deutsche Übersetzer gemeldet. Bei mir in Form von Kommentaren. War natürlich auch spannend, da ein bisschen was mitzuerleben. Ich kann mit vielen Dingen, sag ich mal, nichts anfangen. Weil wenn jemand zu mir sagt, ja wir haben vorher die Engine benutzt und danach hat er die Engine benutzt. Dann müsste ich ja wissen, okay in der Engine gab es das und das und in der Engine gab es das und das. Das hilft mir persönlich manchmal nicht so viel weiter, wenn man mir das sagt. Weil ich ja, ich kenne die Unreal Engine. Also mir sagen diese Begriffe natürlich was aus. Aber grundsätzlich, was die großen Unterschiede sind. Außer, dass es einen grafischen Fortschritt hat und es wahrscheinlich mehr Assets und alles mögliche gibt. Wie? Es sieht auch so ein bisschen aus, wenn man so... Warte, wenn ich mal so... Seht ihr das? Wenn ich jetzt an den Baum gucke, als würde man durch so eine Scheibe durchgucken. Das bewegt sich mit. Es ist wie, als hätten wir so ein... Ja, als hätten wir... Als hätten wir so eine Art Motorradhelm auf, bei dem vorne das Visier unten ist. Was dieses Mal gar nicht ist, ist, dass wir eine Erzählerin haben. Aber Wölfe. Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich da querfeld eingehen oder gehe ich mal davon aus, dass uns der Pfad da hochführt? Aber der Pfad führt eigentlich woanders hin. Na, wobei... Na, der Pfad biegt da vorne... Doch, ich glaube, der Pfad führt uns... ...zu diesem Steinkonstrukt. Ich riskiere es einfach mal. Aber es ist sehr, sehr einsam. Also es fühlt sich unfassbar einsam an. Auch jetzt keine Musik mehr. Nur so ein leichter... Ich schaue gerade so auf den Audio-Mixer. Es ist ein leichter Wind. Was für ein Sonnenuntergang, Junge. Ich schaue bloß, ob ich in der Ferne was Spannendes sehe. Oh, da gibt es einen Tunnel. Ah, dann gehe ich aber doch noch mal kurz zu der Burgruine da hoch. Die will ich mir nicht entgehen lassen. Wurde ja auch kommentiert. Es wurde gesagt, jedes gute Spiel muss eine Höhle oder einen Tunnel haben. Erfüllt. Oh ne, wir können nicht hoch. Nein. Nein. Oh, ich komme nicht hoch. Da ist wieder eine unsichtbare Wand. Oh, das ist schmerzhaft. Das da hinten sind kleine Inseln, oder? Das sind keine Wellen. Ich sehe es manchmal nicht so gern. Aber gut. So. Also rein in die Höhle. Wenn da jetzt rote oder blaue Pilze am Boden wachsen würden, dann würde ich keinen Unterschied zu den Höhlen in Drizzlepath Genie sehen. Man hört so ein Tropfen. Ist fast schon unheimlich. Es ist fast ein bisschen unheimlich. Weil es so still ist. Oh, da ist eine kleine rote Flamme. Ist ein Pilz. Made it fade. Wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Ich habe leider überhaupt nicht geguckt, wie viel Errungenschaften es gibt und... Und auf was ich achten müsste. Das mache ich meistens erst, wenn ich das Spiel einmal durch habe. Made it fade. War jetzt auch... Nichts übersehen. Ey, diese Dame da, die ist so unheimlich, wenn die da in diesen Eingängen steht. Raus aus dem Dunkeln. Ist es draußen besser? In dieser beengten Welt voll Einsamkeit. Alles schwindet wie Pilze. Eine Spur heraus aus diesem Irrsinn. Achte darauf, wo der Hirsch schaut. Wohin der Hirsch schaut. Ich würde jetzt gerne schauen, ob das Englische sich zufällig reimt. Out of the darkness, the outside, and better, is this crowded world of solitude? Nee, es reimt sich nicht. Gehe da... Gehe oder schaue. Achte darauf, wohin der Hirsch schaut. Wir müssen den Hirsch finden. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein bisschen Musik. Ich versuche es nochmal querfeld einzugehen, Freunde. Ich wage mich nochmal ran. Ich wage mich nochmal ran. Ich kitzle das Spiel so ein bisschen an den Rippen. Nee, keine Chance. Überall unsichtbare Wände. Da lasse ich eigentlich nicht mit mir verhandeln. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Stilmittel, die unsichtbaren Wände. Dann muss ich schon sagen, naja gut. Also wirklich, Stilmittel. Eher... Mir fällt jetzt kein Wort ein, das ist irgendwie nicht gleich arg böse. Es ist nicht so böse gemeint. Das machen ja viele Spiele. Ich finde, es hat immer so ein bisschen mit Faulheit zu tun. Aber wie gesagt, mir ist bloß kein anderes Wort eingefallen. Das klingt wahrscheinlich böse, als es gedacht ist. Dann geht's... Und ich will bis jetzt.